Pottbolzer, Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die wird auf Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Mahlzeit, liebe RWE-Familie, liebe Fußballfreunde, Timo und Marlon hier wieder am Start. Neue Podcast-Serie von Pottbolzers, Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Timo, Junge, schön, dass du am Start bist. Danke, Marlon. Erstmal hallo an die Fangemeinde, hallo an dich, Marlon. Ich freue mich, dass du auch wieder Zeit gefunden hast für uns, dass wir ein bisschen über Fußball und über unseren RWE-Plaudern. Denn ich glaube, wir haben ziemlich spannende Themen, die heute auf der Agenda stehen. Das Spiel gegen Fortuna Köln, jetzt das anstehende Spiel gegen Münster. Und eine Neuverpflichtung wurde jetzt heute auch präsentiert. Felix Weber, wo wir die kommenden Sendungen schon drüber gequatscht haben. Die letzte Sendung. Und die kommenden noch versprochen werden. Und Thema Corona brauchen wir nicht mehr anreißen. Ich glaube, das bestimmt gerade die ganze aktuelle Fußballszene und die ganze Menschheit, würde ich jetzt mal sagen, das ist einfach nur müßig. Sozusagen, sozusagen, sozusagen. Ja, und dann haben wir noch uns was ausgedacht, wo ihr mitmachen könnt. Soll ich es euch schon mal vorwegnehmen, oder sollen wir da gleich zukommen? Lass uns schon mal vorwegnehmen, es wird eine RWE-Legenden-Elf geben. Der Timo und ich haben uns da was Schönes überlegt, wo ihr quasi mitspielen könnt. Und zwar möchten wir jeder seine eigene RWE-Legenden-Elf zusammenstellen. Wir möchten aber auch eure RWE-Legenden-Elf, oder Jahrhundert-Elf, könnt ihr sie auch nennen, kennenlernen. Das heißt, der Timo und ich werden heute natürlich ganz gewohnt auf der Torhüter-Position anfangen. Haben uns da schon ein paar Gedanken zu gemacht. Aber wer oder wen wir da genau ausgewählt haben, verraten wir jetzt noch nicht. Das werdet ihr gleich im Laufe der Sendung natürlich. Genau, und dann würde ich sagen, Marlon, du gibst jetzt mal uns dein Urteil über das Spiel gegen Fortuna Köln. Ich wollte gerade sagen, Fortuna Köln, also ihr habt es ja alle gesehen, lief ja ganz gut der Stream bei den Kollegen von Sport Total TV. Leider, für dich leider. Ganz leise, ganz leise nur sagen. Ja, ich bin aber guter Dinge, dass unser Stream am Samstag auch laufen wird. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir haben da einige Vorkehrungen getroffen. Ich habe heute auch noch mal mit der Technik geredet. Ich mache euch jetzt einfach mal die Hoffnung, Ed Küt. Ed Küt, das sagen die Kölner, Ed Küt. Ed Küt, deswegen passt ja auch gerade so schön zum Spiel. Und ja, 1-1 gegen Fortuna Köln, Timo. Schön, dass du mich fragst. Ich gebe gerne mein nacktes Urteil ab, mein Ruhrgebietsurteil. Sehr, sehr gerne, weil du bist ja, ich habe ja gerade gehört, du bist ja Techniker. Und Techniker, Techniker, ich habe mir nur gedacht, boah, Marlon und Technik. Also ich meine jetzt die Technik auf dem Fußballplatz, lass mal so stehen. Was, ich wollte gerade sagen, was für eine Technik. Gab keine Technik. Mit dem Kopf war ich technisch stark. Und am Glas bist du technisch stark, oder? Die 1-2 auf X und 3. Warte mal, ich dribble da aktuell auf einem ganz anderen Level, mein Freund. Ja, das können wir vorstellen. Also jetzt schieß mal los, Ed Hebert. Ja, 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 genau. Um darauf zurückzukommen, ihr habt es gesehen, 1-1 gegen Fortuna Köln. Ich habe dir ja letzte Woche noch gesagt, wenn wir da einen Punkt holen und zu Hause gegen Münster gewinnen, bin ich mit der Fußballwoche zufrieden. Sag ich auch nach wie vor, weil gut, wir sind jetzt zwei Punkte hinter dem BVB auf Platz zwei. Das ist alles gut, alles im Soll. Die Saison ist sehr lang. Ich bin froh, dass wir da stehen, glaube ich. Aber klar, es waren natürlich mehr drin. Das hat Christian Neidt ja nach dem Spiel auch gesagt. Ganz zufrieden sind wir mit dem Unentschieden nicht. Du hast ja gerade in der ersten Halbzeit, auch nach der Führung durch Simon Engelmann, starkes Kopfballtor, sehr viele Möglichkeiten gehabt, auch auf 2-0 zu erhöhen. Also ich sage mal, 2-3 richtig gute, wo du, glaube ich, einfach mal eiskalt sein musst jetzt. Und gerade wenn du so einen Stürmer wie Engelmann auch hast, ja, darfst du auch erwarten, dass du da vielleicht mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit gehst. So war jedem, glaube ich, irgendwie klar. Ja, ein Ei und du stehst plötzlich da und gerade bei RWE kennen wir das. Dieses Einer-Ei kommt leider sehr oft. Aber diesmal nicht am Ende, sondern quasi direkt zu Anfang der zweiten Halbzeit mit dem Sonntagsschuss, ne? Genau, was ja eigentlich noch gut ist, weil dann kannst du noch lange reagieren. Und ich sage mal, da war so eine Fitnessstunde, die war nicht so gut. Da hat die Mannschaft so ein bisschen den Faden verloren. Aber ich sage mal, 70, 75 Minuten des Spiels, muss man ganz klar sagen, hat RWE das Spiel eigentlich dominiert. Top-Party gemacht, hat dann auch mit Young den neuen Mann eingewechselt. Darauf wollte ich nämlich genau kommen, wie du ihn empfunden hast. Wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt und nicht das komplette Spiel. Ich glaube, das ist bei dir anders gewesen. Deswegen kannst du mehr darüber sagen. Du bist ja auch entschuldigt, weil du ja noch für einen anderen Verein in dieser Liga spielst und nicht immer zeitlich gespielt hast. Genau, aber deswegen, ich glaube, das interessiert viele oder viele haben natürlich auch das Spiel gesehen. Wie empfandst du denn den Neuzugang? Gut, oder? Ich wollte gerade sagen, ich fand ihn echt gut. Er hat viel Schwung reingebracht. Du hast auch schon viel von seiner Schnelligkeit gesehen. Du hast ihn ja letzte Woche schon mit Aubameyang vorgesehen. Ach so, ja. Ich erinnere mich, der Aubameyang, die Hafenstraße. Der Junge ist echt schnell. Ich glaube, er kann auch was am Ball. Hier und da war er noch ein bisschen eigensinnig. Hätte er eher abgeben dürfen. Aber gut, er trainiert erst seit ein paar Tagen mit der Mannschaft und so. Da wollen wir ihm jetzt mal keine Vorwürfe machen. Aber du hast schon gesehen, dass er helfen kann, glaube ich. Allein mit seiner Schnelligkeit. Ja, am Ende schade. Punkt gewonnen, vielleicht auch zwei verloren. Schwer zu sagen. Ich denke, andere Mannschaften werden auch noch, und jetzt kommen drei Euro ins Frasenschwein, gegen Fortuna Köln Punkte lassen. Oder da nicht gewinnen, sage ich mal. Aber ich denke, du kannst jetzt mit viel Mut ins Heimspiel gehen. Was jetzt leider wieder fast ohne Zuschauer stattfindet, was ich sehr, sehr, ich sage mal, wie es ist, scheiße finde. Und nervig finde. Und es geht mir echt auf den Sack, um es mal so wie im Ruhrgebiet jetzt einfach mal rauszulassen. Diese Corona-Kacke geht mir richtig auf. Ja, aber ich glaube, da können wir leider nichts ändern. Wie gesagt, das Thema haben wir, glaube ich, jetzt schon in jeder Folge durchgekaut. Deswegen wollen wir das jetzt auch nicht mehr explizit ansprechen. Kein Bock mehr. Deswegen, wenn wir Fortuna Köln jetzt abhaken, wie gesagt, ich habe leider nur die Highlights gesehen. Deswegen bist du heute der Experte oder der Trainer. Du hast ja der so analytisch zusammengefasst. Ja, 15 Minuten waren wir da nicht im Spiel. Hör mal, wenn du da... Wenn ich der Trainer wäre, hör mal, die Jungs würden jeden Tag kratzen. Du bist Trainer, Techniker, alles in allem. Jeden Tag Treppen rauf und runter, bis die mit Sven Willemann, kennst du ja auch, das ist ja der Athletiktrainer von RWE, mit dem Sven zusammen möchte die Jungs sowas von lang ziehen. Hör mal, auf links krempeln. Sven will mich auch schon seit Wochen übrigens auf links krempeln. Sven, liebe Grüße an dieser Stelle. Sven, wir zahlen den Mal, da musst du umkrempeln, weil für die Beachfigur 2024. Beachfigur. Beachfigur, aber 24 dürfen wir ja erst wieder richtig an den Strand wahrscheinlich. Deswegen, Sven, haben wir noch ein bisschen Zeit. Gute dreieinhalb Jahre. Aber ich habe dem Sveni das versprochen. Der macht ja auch immer, den Henrik Bonmann macht der ja auch immer regelmäßig lang, wenn er hier ist. Jetzt bald auch den Felix Weber, habe ich gehört. Der weiß, glaube ich, noch nicht, aber wo du gerade sagst, Sven Lindemann, wir können ihn auch mal antickern. Vielleicht hat er auch mal Bock, hier in die Sendung zu kommen. Oder wie ihr das seht, ob ihr mal Bock habt, ihn kennenzulernen. Vielleicht können wir da auch irgendwie so einen Kontakt schalten und walten lassen, dass er mal hier reinkommt. Haben wir sicherlich. Haben wir. Jetzt weiß ich natürlich, also ich weiß vom Sven, dass der nicht gerne vor der Kamera ist, aber jetzt hat er keine Ausreden mehr, weil er ist ja nicht vor der Kamera. Genau, man hört ihn ja nur. Das stimmt, das stimmt. Deswegen können wir ja mal... Also Sveni, aufruf, Junge. Aufruf, aufruf, aufruf. Aufruf, kommt vorbei, Junge. Nee, nee, dann können wir ja direkt eigentlich auch, wie gesagt, Fortuna können abhaken und jetzt steht ja ein Derby vor der Tür. Richtig, Derby steht vor der Tür. Ich habe gerade schon angefangen, ja auch darauf einzugehen. Preußen Münster steht vor der Tür. Da werde ich dich jetzt mal so ein bisschen mit ins Boot nehmen, Timo, weil du hast ja auch schon in deiner Karriere gegen Preußen Münster gespielt. Wir haben es gerade noch zusammen uns angeschaut. Die Statistik besagt tatsächlich, dass Rot-Weiß noch kein Heimspiel gegen Preußen Münster gewonnen hat. Wird allerhöchste Eisenbahn jetzt, oder? Ja, ich glaube, um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Punkt in Köln und dem Sieg gegen Fortuna kann man die Woche dann, glaube ich, vergolden. Klar, man möchte natürlich auch beide Spiele gewinnen, aber trotzdem muss man sagen, Fortuna Köln ist natürlich ein Mitkonkurrent und da ein Punkt zu holen auswärts, das hatten wir gerade schon mal, ist der RWE natürlich einfach mal, ja, zum Siegen verdammt, ist übertrieben gesagt, aber der ist einfach jetzt mal in der Reihe, sagen wir mal so. Ich wollte gerade sagen, also ich habe mir auch gerade mal so die Wettstatistiken tatsächlich angeguckt, was ich selten mache und da sagen wirklich alle, also ich habe nur gerade gelesen, die Wettanbieter setzen da alles auf RWE Heimsieg, der ist der klare Favorit. Also siehst du schon so, wie die allgemeine Stimmungslage vor diesem Spiel ist. Ich bin ein bisschen geteilt, ich habe die Spiele von Preußen Münster fast alle, zumindest in der Zusammenfassung gesehen, ich habe mir die Tore angeschaut, die spielen echt starken Fußball, Drittliga-Absteiger, klar, die Truppe hat sich hier und da ein bisschen verändert, mit so einem neuen Stürmer aus Dänemark geholt, mal gucken, was der so kann und ob der schon zockt, weiß ich nicht, so Experte bin ich bei Preußen jetzt nicht, aber es glaube ich, ihr habt ein Spiel gehabt, wir haben es gerade nur noch gelesen, Timo, 2010, warst du auch dabei, 90. Minute noch das 1-1 reinbekommen zu Hause, kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, grob, sagen wir mal grob, das war aber auch so meine erste oder meine Anfangszeit bei Rot-Weiß-Essen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, klar, daran erinnere ich mich noch explizit, aber wie gesagt, ich bin natürlich auch früh immer zur Hafenstraße gegangen und so Derbys sind natürlich immer was ganz Besonderes, gerade natürlich auch an der alten Hafenstraße, Georg-Märchel-Stadion, da war dann immer noch so ein gewisses Flair, so eine gewisse Aura, für mich einfach einmalig das alte Stadion, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich in beiden Stadien spielen durfte, aber ich bin natürlich umso glücklicher, dass ich auch im alten Stadion gerade so aufgewachsen bin. Finde ich jetzt selber ganz interessant, dass du das Thema anschneidest, haben wir so auch, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen von mir auch mal die Frage, weil es mich auch selber interessiert, du hast es gerade schon so ein bisschen verglichen, das neue Stadion ist ja komplett modern und für einen Viertligisten glaube ich schon wirklich in einem Top-Zustand. Das alte Ding fand ich so geil, du bist ja in die Hafenstraße abgebogen und dann hast du ja sofort links das Hafenstübchen, dann die Gleise und dann hast du schon die Tribüne gesehen auf der rechten Seite, die so direkt an der Straße quasi dran gebaut war. Du hast es gerade schon so ein bisschen verglichen, was war denn an einem alten Stadion so das, was es so ein bisschen besonders gemacht hat, deiner Meinung nach? Du kennst ja auch das Innenleben und so ganz gut. Ja, ich muss einfach auch sagen, ich bin ja dann auch so ein Traditionalist und so ein Fußballromantiker und ich finde natürlich so alte Stadien, die haben einfach Flair, die haben das gewisse Etwas, gerade im Fußball, natürlich speziell an der Hafenstraße, aber man nehme natürlich jetzt auch die ganzen Stadien, die älteren Stadien in England. Ich war mal mit meinem Vater bei Fullhelm und auch bei einem Fullhelm ist Craven Cottage, ja genau, direkt an der Temse und ich finde einfach diese Nostalgie und dieses alte Flair, das ist einfach noch Fußball pur, kein Schnickschnack, kein Kommerz, kein Kapitalismus, ja einfach anders. Nichtsdestotrotz ist natürlich das neue Stadion auch schön, man muss mit dem Trend mitgehen, mit der Moderne, aber wie du gerade schon gesagt hast, das Innenleben, das war einfach Fußball und ich glaube auch für die Gästemannschaft war es einfach eklig, man ist zur Hafenstraße gekommen, musste dann in die Kabine gehen und die Kabine war einfach, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, die rochner Fußball, die rochner Schimmel, da ging nur eine Dusche gefühlt, ja aber das ist so, das spielt auch schon eine gewisse Rolle und ja, überall hing Wimpel, wahrscheinlich. Genau so, das war einfach, also wie gesagt, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich die Zeit damals miterleben durfte. Ich habe kein Bild vor Augen, also ich habe die Kabine nie gesehen in dem Stadion, und wie muss ich mir die vorstellen? Ist das so richtig so Kreisliga-Flair? Also für die Auswärtsmannschaft auf jeden Fall, für die Auswärtsmannschaft auf jeden Fall, da kommst du rein, gehst nach rechts und dann wieder rechts und da war dann direkt die Auswärtskabine, eine große Dusche, aber sonst auch wirklich nur Holzbänke und ja, die Heimkabine ist halt hinten durch gewesen und ja, man kann eigentlich noch Fotos googeln, glaube ich, da kommen dann, da sieht man, wie das aussah, ja, einfach Fußball-Flair, auch wie wenn du dann rausmarschiert bist durch den Tunnel, wo dann die Leute quasi noch von der Haupttribüne hier diesen Vorplatz hatten und dann auch am Spielertunnel standen, das war schon, hatte auf jeden Fall was. Geil. Klingt geil, also ich finde immer geil, wenn man, wie du auch gerade sagst, so diese Nostalgie-Mythos, alte Hafenstraße, ist irgendwie spannend, ich finde generell auch alte Stadien, wenn du, du hast ja auch schon mal in der Roten Erde gespielt in Dortmund, da ziehst du dich ja zwar im neuen Stadion um, ne, im Signal Iduna Park, aber da gehst du ja rüber und dann gehst du ja auch so durch diesen alten, altgebauten kleinen Tunnel da durch und so und dann hast du so diese alten Tribünen und ich liebe sowas, das ist irgendwie so, da hast du das Gefühl, du spielst irgendwie in den 60ern oder in den 70ern plötzlich und das finde ich, hatte ich als Fan an der Hafenstraße früher auch immer im Georg-Märches-Stadion, ich kann mich nicht auch erinnern, Schande über mein Haupt, ich war tatsächlich einmal im Gäste-Flocken und ja, und zwar mit Borussia Dortmund, jeder eine und andere weiß, komisch, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, sympathisiere, habe ich mir gedacht und zwar hat Dortmund ja mal im DFB-Pokal gegen euch gespielt, ich weiß gar nicht, ob du zu der Zeit da warst. Ne, zu der Zeit war ich nicht da, ich durfte aber auch mal gegen Borussia Dortmund spielen, da war der Jürgen Klopp sogar noch Trainer und da habe ich noch ein Foto, aber es war auch nur ein Testspiel, da habe ich auch noch ein Foto mit Mats Hummels. Ja, ja. Echt? Ja, genau, genau. Ich glaube, ich habe da jetzt mal ein Trikot getauscht mit Sven, Sven Bender ist bei Dortmund oder Lars Bender, das kann ich dir, Sven Bender, genau. Sven, Sven Bender. Genau, Manni Bender, Manni die Grätsche Bender, ne, genau. Ja, der war gut. Das ist ein Typ, Typ. Der war gut, ein richtiger Typ, aber war das das Spiel, wo ihr 3-2 gewonnen habt? Ganz ehrlich, da bin ich jetzt überfragt. Ja, aber so gegen Aubameyang und Dembele. Ne, ne, das war, ach, das war noch davor, da war noch Vragel da Silva war da noch, äh, Philippe, Toni, Toni, ja, genau, Vragel war der von, äh, von Cottbus, ne? Genau. Da bin ich Experte. Dann war Santana war neu, Philippe Santana, Philippe. Ja, genau, Barrios, genau, Barrios, Lukas Barrios. Ah. Aber wie wir da jetzt gespielt haben, kann ich dir ehrlich gesagt nichts sagen. Dann muss man irgendwann rauskramen, möchte ich gerne mal posten, weil ich weiß, Mats Hummels hatte zu der Zeit eine ganz bescheuerte Frisur und du bestimmt auch. Ich schick dir das Bild nachher, ich hab das noch auf dem Laptop oder auf der Festplatte, da schick ich dir da auf jeden Fall mal rüber. Schick mal rüber, weil dann posten wir das mal dazu, das ist vielleicht ganz schön, dann wird der ein oder andere nämlich dann auch nochmal sehen, oder wird sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, wenn das hört, boah, geil, wie sehen die Jungs da aus? Ähm, ja, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber wie gesagt, ich kann mich an dieses Spiel erinnern, das war DFB-Pokal, da hat nämlich noch Stefan Lorenz war es, ein Traumtor geschossen, zum 1-0-Führung sogar für RWE und hat dann diesen, diesen Geigentorjubel gemacht. Ich hab ihn noch genau vor... Ja, kenn ich vom Atze, kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Ja, genau, total geil, total geil und ja, ich glaub, dann hat Dortmund das Spiel gedreht, ich glaub am Ende 3-1 gewonnen, die BVB-Fans, aber das fand ich geil und da siehst du so ein bisschen diese Verbundenheit dann doch dieser beiden Vereine, auch gerade gegenüber Schalke. Erst lief natürlich am Tag, als der FC starb, ja, das Lied, haben alle gesungen natürlich im Stadion und dann hatten die BVB-Ultras ein Banner, da stand drauf, in Essen geboren, um für Dortmund zu sterben, das fand ich schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Aber ich wollte noch ganz... Ja, aber ich, wenn ich dich jetzt mal kurz unterbrechen darf, meine, ich war ja auch schon früher im Stadion, aber meine, ja, auch mein, mein tollstes Erlebnis war damals im alten Diak-Mäche-Stadion, damals war der Betreuer noch Marcel Müller, viele kennen ihn, der alte Betreuer und der war damals mein E-Jugend-Trainer bei Ballfreunde Berge-Borbeck und war Betreuer bei Rot-Weiß-Essen und da war ein DFB-Pokalspiel gegen Bayern 04 Leverkusen, da hat damals, da weiß ich noch, da hat damals noch Lucio gespielt und wie sie alle heißen, die hatten blaue Trikots mit sogar, glaube ich, Sponsor RWE, da erinnere ich mich noch, wie die Faust aufs Auge und da hat Marcel Müller mich mit in die Kabine genommen als kleiner Dröpsel und da durfte ich dann genau am Spielertunnel stehen, als sie alle rausgekommen sind und das war für mich einfach ein unbeschreibliches Erlebnis damals. So was ist richtig geil, das war Hafenstraße früher, HSV war auch da, kann ich mich erinnern, mit Van der Vaart wirklich, Wasser Company, Van der Vaart, da wurden schon einige Schlachten geschlagen. Ja und woran ich mich auch noch erinnern kann, war dieses Wippzelt links, wo die Westkurve früher mal war, war ja dieses weiße Wippzelt und da war ich mal drin und da kam Roman Weidenfeller, braungebrannt, frisch aus der Gerry-Ermann-Torwart-Schule mit seinen nach hinten geleckten Haaren rein. Geiler Typ übrigens, ich kenne Roman mittlerweile ganz gut, der hat sich entwickelt, aber damals war schon frisurentechnisch mein lieber Scholli, also ich hoffe mal, er hört den Podcast nicht, ich glaube nicht, aber wenn er doch mal irgendwann hört, Roman tut mir leid, war nach hinten ja nicht. Die Frau aber an seiner Seite war schön, ich weiß nicht, irgendeine Ex-Freundin glaube ich, die war heiß, muss man sagen, aber das sind so meine Erinnerungen. Ja, aber es ist doch schön, dass wir so viele coole Erinnerungen haben, auch von vielen coolen Spielern. Ich glaube, da kommen wir dann auch direkt auf unser nächstes Thema, oder? Wir haben ja Münster jetzt eigentlich schon abgehakt, weil ich glaube, alles andere als ein Sieg genehmigen wir nicht hier. Ich wollte gerade sagen, genehmigen wir sowieso nicht, wird natürlich schwer, echtes geiles Derby, hoffen, dass das Spiel bei Soccerwatch TV gut läuft, sage ich jetzt auch mal stellvertretend als Mitarbeiter der Firma. Ansonsten werde ich hier nächste Woche wahrscheinlich geknechtet im Spiel, oder nach, im Podcast, oder nach dem Podcast, dann spätestens werde ich geknechtet. Deswegen, liebe Leute, ich bekreuzige mich, Timo, du siehst es, ich bekreuzige mich einmal, das läuft am Samstag. Also, dann fordern wir zusammen natürlich den Sieg gegen Preußen, keine Frage, wollen da gar nicht zu taktisch werden. Eine Sache habe ich noch, Timo, weil wir gerade so schön immer die alte Hafenstraße gesprochen haben. Würde ich jetzt auch mal den Aufruf starten, das werde ich auch noch mal in den Posten mit reinschreiben, unter dem Podcast. Wenn ihr Bock habt, eure Geschichte mal loszuwerden, und wenn sie nur kurz und knapp in zwei Sätzen erklärt ist, was für euch die alte Hafenstraße bedeutet, oder irgendeine geile Erinnerung, die ihr habt, schreibt sie sehr gerne mal entweder bei YouTube unter das Video direkt, oder noch besser bei Facebook, dann sehen wir es noch schneller, oder bei Instagram. Und dann werden wir das Ganze in der nächsten Folge vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufgreifen und noch mal darüber sprechen und auch noch mal den einen oder anderen Text oder die eine oder andere Geschichte dazu vorlesen, wie wir das ja hier schon mal auch mit zitieren. Das hört sich sehr, sehr gut an und wie gesagt, wir hoffen auf eure Unterstützung beziehungsweise wer den Bock hat, schreibt einfach. Diesbezüglich kommen wir dann ja auch zu dem anderen Thema, wo ihr natürlich auch sehr, sehr gerne bei Facebook, bei Instagram oder bei YouTube kommentieren könnt, eure Traumelf von Rot-Weiß Essen. Genau, da kommen wir jetzt zu. Und Timo, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Jeder hat da so seine spezielle Elf. Also ihr müsst jetzt schon bei Timo und mir verstehen, wir sind natürlich ein bisschen voreingenommen, auch durch, ja wie sagt man, durch Sympathien, die man gegenüber Spielern, Persönlichkeiten, Menschen natürlich auch pflegt. Jeder wird da seine eigene Vorstellung seiner Traumelf haben. Und wir fangen heute mit dem Torwart an, mit der Torwartposition. Und Timo, vielleicht fängst du mal an, sagst mir erst mal, wen du in deiner Traumelf, wir werden das Ganze auch noch mal aufschreiben und am Ende das auch noch mal per Post präsentieren, wenn es dann soweit ist, in elf Folgen. Ich kann sagen elf Folgen. Oder wir machen natürlich einen 40-Mann-Kader, dann haben wir einen 40-Volgen. Ah, Junge, die ganze Bank noch, oder was? Genau. Ich frage mich ja, ich habe nicht für RWE gespielt, ich darf leider nicht in deiner Traumelf auftauchen, das ist schade. Der Techniker und der Trainer. Ja, geil. Vielleicht nehme ich dich, vielleicht nehme ich dich mit rein, aber bis wir bei den Sechser, Achtern angekommen sind, dauert noch ein bisschen. Das stimmt, das stimmt, deswegen. In der MUPA-Elf bin ich auf jeden Fall ganz weit vorne gewesen früher. Da habe ich dich auch schon nominiert. Die MUPA-Elf machen wir danach. Das, Timo, geile Idee, geile Idee, die MUPA-Traumelf. Das wäre echt geil. Hör mal, sollen wir die nicht parallel noch machen? Ja, die können wir eigentlich danach auch noch mal machen. Da hast du auf jeden Fall... Ich habe doch... Doch, das machen wir definitiv. Ich habe einen Zettel. Also, wenn du... Ich mache sie auf jeden Fall. Du kannst gerne mitmachen. Wir machen die RWE-Traumelf und die MUPA-Traum. Gut. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der RWE-Traumelf an, mit unserem Torhüter. Ich glaube, da hattest du mich gefragt, wen ich jetzt da ausgewählt habe oder hätte. Genau. Ich schreibe mal auf. Timo und Marlon. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wen du in petto hast. Jetzt bin ich gespannt, nein. Aber wie gesagt, wir haben ja da vorher auch schon mal gequatscht, weil wir eigentlich dann beide den identischen Torwart hatten und ich glaube... Aber dann fiel mir was ein und ich konnte ihn nicht nehmen. Nein, aber ich glaube, da geht nichts über Frank-Kurt. Ich glaube, zudem muss ich nicht mehr viel sagen. Den kennen die RWE-Fans zu gut. Jetzt haben wir überlegt, ob wir den nochmal vorstellen sollen oder auch nicht. So ein bisschen vorstellen. Vorstellen für den einen oder anderen, der ihn vielleicht nicht so gut kennt. Wir haben ja vielleicht auch jüngere Zuhörer, die sagen jetzt, er ist Frank-Kurt. Frank-Kurt alias Mr. Zaun, würde ich jetzt sagen, der auch sehr, sehr oft beim RWE nach Siegen auf dem Zaun stand. Also wie gesagt, ich habe mir da auch ein paar Videos angeguckt, legendär, muss ich sagen. Und ich hatte natürlich oder habe auch das ja, das Glück, ihn privat zu kennen beziehungsweise natürlich auch öfters mal mit zu quatschen. Und ja, Frank-Kurt ist einfach ja für mich mit einer der besten Torhüter der Vereinsgeschichte gewesen. Stand übrigens auch im legendären Pokalfinale gegen Werder Bremen. Auch nicht zu vergessen. Was natürlich, genau, was natürlich leider verloren ging. Aber hat insgesamt auch wie ich ähnlich zweimal für Rot-Weiß Essen gespielt. Einmal von 85 bis 94 und dann noch mal von 96 bis 1997 hat er für Rot- Wo war er dazwischen? Dazwischen war er bei SG Wattenscheid 09, also quasi auch ein Ruhr-Pod-Club. SG Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 Genau, und gekommen ist er damals von Fortuna Düsseldorf und seine Karriere als Spieler hat er dann bei der SSV gefabert beendet. Also kann man sagen, ist natürlich auch ein Kind des Ruhrgebiets und ich glaube für jeden RWE-Fan ist es einfach eine Spielerpersönlichkeit, ein Typ. Wie gesagt, ich kenne ihn privat, mega Typ, ist immer offen und direkt, was ich natürlich immer spielt, spielt auch in der Traditionself, oder? Boah, das kann ich dir, spielt er, ja genau, manchmal spielt er in der Traditionself, genau, genau. Und wie gesagt, so Typen, wie gesagt, ich mag einfach, die offen, ehrlich und direkt sind. Wir sind uns das öfter mal über den Weg gelaufen beziehungsweise kennen uns auch sehr, sehr gut. Und ja, Frank Kult ist natürlich jetzt auch bei Rot-Weiß-Essen mit im Verein und ist quasi der Abteilungsleiter der zweiten Mannschaft, der versucht jetzt die abgemeldete U23 oder zweite Mannschaft, wie man das jetzt schimpft, wieder aufzubauen, nachdem RWE sich entschlossen hatte, die zweite Mannschaft abzumelden. Ich weiß ja nicht, wie hast du das gesehen, als die zweite Mannschaft abgemeldet worden ist? Es gibt immer so einen Zwiespalt, also bei RWE hätte ich mir eher gewünscht, dass sie bestehen bleibt, weil da ist es ja nicht so wie mit diesen zweiten Mannschaften von Bundesliga-Vereinen. Ich finde jetzt zum Beispiel, selbst als ja auch großer BVB-Sympathisant, ist so eine U23 von Borussia Dortmund generell nicht so nötig, weil viele Fans, auch gerade RWE-Fans, werden mir jetzt glaube ich auch recht geben, es wirkt halt immer so, das ist ja auch so, dass die ja den anderen Vereinen irgendwo einen Platz wegnehmen. Nein, das heißt also, wenn jetzt Borussia Dortmund am Ende der Saison erster wird und RWE wird zweiter, dann kann ich dir jetzt schon sagen, würden, wir hoffen es nicht, aber dann würden die Stimmen natürlich wieder groß werden, die dann sagen, ja toll, so eine U23, die kriegt dann, weiß ich nicht, achtmal, neunmal, zehnmal pro Saison, ein oder zwei oder drei Profis runter, ja und ich erinnere mich daran, dass du mal gegen Kagawa richtig auf die Mütze bekommen hast vor zwei Jahren, da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber der hat euch, glaube ich, regelrecht verprügelt mit vier Toren, die er, glaube ich, selber geschossen hat. Das ist einfach scheiße, wenn ich es mal so sagen darf, weil das ist Champions-League-Niveau, du hast mir ja selber auch damals erzählt, es war also geisteskrank wieder gespielt. Genau, anderes Niveau einfach wieder. Es gibt Bundesliga-Spieler und es gibt einfach Champions-League-Spieler und Kagawa war definitiv Oberklasse. Ja, aber ich weiß ja auch genau, wo du drauf hinaus musst. Ich finde es eigentlich auch, klar, man muss es anders sehen bei Rot-Weiß, und Dortmund beziehungsweise bei den Blauen, bei Gladbach, die jetzt alle noch die U23 haben. Aber ich prinzipiell fand es auch sehr, sehr schade, weil man vor allen Dingen in der Oberliga war, quasi eine Liga nur unter der Regionalliga und gerade, ich glaube, damals wurde die zweite Mannschaft abgeschafft mit der Begründung, ich glaube, da war Uwe Hartgen am Werk, mit der Begründung, ja, von der U19-Bundesliga ist der Sprung zum Regionalligakader nicht so weit. Ja, die Meinung habe ich nicht geteilt oder teile ich nicht, weil ich glaube immer noch, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Senior- und Union-Fußball und wenn man da gerade eine U23 oder zweite Mannschaft schon in der Oberliga hat, wo es dann auch gegen erfahrene Truppen geht, wo es gegen erfahrene Spieler geht, die vielleicht auch mal andere Mittel einsetzen, da lernen die Jungs einfach ziemlich schnell oder mehr Erfahrung zu bekommen und man kann vielleicht den einen oder anderen Spieler aus der Jugend natürlich auch halten. Eben, eben, also das ist, ich finde es jetzt gut, dass es die Mannschaft wieder gibt, weil auch wenn es jetzt auf einem anderen Niveau natürlich stattfindet, die Jungs sind letztes Jahr aufgestiegen, spielen jetzt in der Kreisliga B, sind jetzt auch wieder souveräner Tabellenführer, werden also wieder direkt aufsteigen in die Kreisliga A, dann wird sich die Mannschaft natürlich auch wieder verbessern, verstärken, da bin ich mal gespannt, wie viele Jahre das dauert und ich würde mich eigentlich kaputt lachen, wenn die Mannschaft in ein paar Jahren plötzlich wieder in der Oberliga spielt, weil dann bist du eigentlich wieder genau da, wo du vorher auch warst und dann bin ich mal gespannt, ob es dann wieder heißt, wollen wir nicht oder ob die vielleicht ein Aufstiegsverbot sich irgendwann selber auferlegen, weil RWE irgendwie sagt, so ab der Landesliga ist Schluss, wir haben da keinen Bock drauf oder so, was für die Jungs natürlich, die dann da spielen, sehr schade wäre, aber ich kann dir nur sagen, ich habe hier den Kollegen Philipp Wittke, der spielt in der zweiten Mannschaft von RWE, ist mein Arbeitskollege bei Soccerwatch im Vertrieb, super Junge, total sympathisch, ja, qualmt und trinkt auch ganz gerne, aber passt halt sehr gut in die Kreisliga B und windschnittiger Kollege, also der schwärmt in höchsten Tönen davon, dass er bei Rot-Weiß Essen überhaupt spielen kann, dass er die Ehre hat sozusagen als Fan, das Wappen auf der Brust zu tragen und die Chance hat man halt aktuell noch in der Kreisliga, also wer noch mal Bock hat, da vor die Pocke zu treten mit einem RWE-Emblem, noch habt ihr die Chance, wenn die noch zweimal aufsteigen, wird es wieder spielen. Nein, wie gesagt, deswegen habe ich ganz klar und eindeutig Frank Kurt nominiert und ich weiß, dass du ihn auch sehr, sehr gerne nominiert hättest oder hast oder wirst, aber jetzt sag uns mal deine Nummer 1 im Tor, ich weiß ja, worum es jetzt geht. Es ist eine ganz große Überraschung, aber wenn man einen besten Kollegen hat, der tatsächlich auch schon für Rot-Weiß-Essen gespielt hat und glaube ich auch bei den Fans nach wie vor hohe Anerkennungen genießt, das hat man gesehen, als er mit Borussia Dortmund 2 vor ein paar Jahren zurückgekehrt ist, da hat er großen Applaus an der Hafenstraße bekommen, auch wenn er in der 93. Minute die Führung für RWE mit einem sehr guten Reflex verhindert hat, daran kann ich mich noch erinnern, da war ich Feuer und Flamme, da habe ich Gänsehaut gehabt bei dem Spiel, muss ich sagen, fast 90 Minuten, weil ich auch weiß, was dem Jungen das bedeutet. Ich rede natürlich über keinen Geringeren als Henrik Bonnmann. Hb39, wie man ihn in Fachkreisen auch nennt und Hb39 ist halt deswegen natürlich nicht nur da drin, weil er mein bester Kumpel ist, sondern auch, weil ich einfach weiß, wie viel ihm Rot-Weiß-Essen bedeutet. Der ist ja jetzt mittlerweile in der zweiten Bundesliga sogar, Würzburger Kickers, die Nummer 2 hinter dem Fabian Giefer. Fabian Giefer. Genau, danke Timo für die Hilfe. Hilfestellung. Und ja, hat er vielleicht die Möglichkeit auf Profi, auf hohem Profi-Niveau nochmal anzugreifen und er vergisst aber nie, wo er herkommt. Also er ist sehr oft noch hier zu Besuch, wünscht sich immer mal wieder auch ein Spiel an der Hafenstraße zu besuchen, hat natürlich aber in der Regel keine Zeit dafür und ist aber mit dem Herzen immer dabei, verfolgt jeden Live-Ticker, guckt auf Soccerwatch, wenn er Zeit hat, die Spiele von RWE, fragt mich immer, immer, wenn ich da bin, wie läuft's, wie ist das Spiel, wie steht's, wenn ich ihm schreibe 1-0 RWE, dann schickt er 20 Fäuste zurück. Also da siehst du einfach, der Junge ist voll und langes für den Verein, ist ein richtiger Essener Jung, weiß, wo er herkommt, hat dem Verein sehr viel zu verdanken und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wenn er seinen Weg geht, egal wo er spielen wird, er wird auf jeden Fall am Ende seiner Karriere, wenn es passt, nochmal für Rot-Weiß-Essen spielen. Also er wird's auf jeden Fall wollen. Das nenne ich doch ein perfektes Schlusswort mal an. Ja? Nein, das war nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit deiner Auswahl. Ja, ich bin zufrieden mit deiner Auswahl. Wir haben auf jeden Fall schon mal hinten, unser Tor wird jetzt verteidigt und liebe Leute, liebe Fans, die jetzt das hören, bitte schickt uns nochmal die Aufforderung, eure Traumelf. Vielleicht können wir den ein oder anderen, beziehungsweise den ein oder anderen habe ich sogar noch in meiner Kontaktliste, vielleicht können wir den ein oder anderen dann auch mal zu einem persönlichen Interview einladen und das haben wir euch natürlich dann auch versprochen und wir sind jetzt gerade am Testen bezüglich unserer Technik, wie wir dann einen Podcast gestalten, wenn drei beziehungsweise vier Leute auf einmal in unserem Podcast live sind. Deswegen, ja. Jetzt haben wir uns da Tipps von höchster Stelle geholt. Ich glaube, man darf es auch sagen, nämlich von keinem Geringeren als Mats Hummels persönlich. Der hat nämlich mit seinem Bruder Jonas und mit dem Kumpel Luki noch zusammen den Alleine-Schwer-Podcast, den wir übrigens auch sehr herzlich weiterempfehlen wollen. Der ist wirklich gut. Ne, genau, genau. Da versuchen wir jetzt oder testen jetzt über das Wochenende in den nächsten Tagen das Programm und dann werden auch die Live-Interviews stattfinden und dann ist, glaube ich, hoffentlich nächste Woche unser erster Gast, der komische Typ mit Augenzwinkern, der unser Intro und Outro macht. Also die größte RWE-Legende für mich ist Sandy. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns... Genau. Ja, Sandy, du hast immer so schön gesagt, Sandgate, bis endlich mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass er kein Engländer ist. Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich Sandgarten. Nein, und der wird wahrscheinlich das Debüt feiern. Klar, wir wollen erst den Anikrom, aber jetzt kam deswegen was dazwischen, weil wir natürlich das Programm noch testen müssen und jetzt kommt eine Promotion für den Sandy. Der, genau, genau, der, wie gesagt, wir hoffen, dass der Sandy auf jeden Fall nächste Woche bei uns in der Sendung ist. Dann kann er es natürlich nochmal explizit vorstellen, sein neues Projekt. Aber der Sandy hat eine limitierte neue Auflage, eine Doppel-LP Windy aufgenommen, beziehungsweise die steht jetzt zum Verkauf. Natürlich, wie alle RWE-Fans denken können, 1907 limitierte Auflage. Das heißt, ihr könnt die vorbestellen unter unvergessen at rotweißessen.de und über das Projekt wird der Sandy uns natürlich dann nochmal genau aufklären, aber ich kann nur sagen, das Projekt ist super geil. Es ist für eine spezielle Person, die in Fankreisen einfach einmalige Leistungen oder einmalige Tätigkeiten vollrichtet hat. Deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern die Staudertrinkers CD LP kaufen, kaufen, kaufen und der Malern, unser Instagram-Mogul oder unser Technik-Mogul wird natürlich da auch nochmal auf unserer Seite für ein Sandy ein bisschen Werbung machen und ja, DLP präsentieren, damit jeder weiß und jeder DLP vorbestellen kann. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mich aber nochmal so richtig hier herausgestochen, also der Malern, unser Technik-Mogul, finde ich sensationell, Timo. Genau, genau. Nein, wie gesagt, deswegen dafür wollten wir nochmal explizit Werbung machen zum Abschluss, dass es auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geht, weil der Sandy macht für den Verein so viel, für die Essener Chancen so viel und ich glaube, mit der LP wird er mehr oder weniger richtig Erfolg haben. Ja, genau, das denke ich auch. Also deswegen freuen wir uns auch auf ihn, ihn hier als Gast begrüßen zu dürfen. Macht er unser Intro und unser Outro jedes Mal sehr geil. Ich habe mir sagen lassen, manche hören sich das Intro extra zweimal an, weil sie es so geil finden, auch mit dem schon ziemlich cool und ja, deswegen haben wir natürlich auch noch ein paar andere Fragen für Sandy parat. Wenn ihr auch noch irgendwelche Fragen an Sandy habt, dürft ihr die natürlich auch gerne rauspfeffern. Ja, der ein oder andere wird ihn ja schon mal gesehen haben bei uns im Stadion und auch mit ihm geschnackt haben und so. Sandy ist immer für ein Bierchen parat und auch immer für einen lockeren Spruch zu haben. Deswegen freuen wir uns total, Sandy, wenn du das hörst. Es wird richtig geil, glaube ich und Sandy wird bestimmt ein paar schöne, geile Geschichten auch mitbringen. Also wir werden mit Sandy auch nochmal über die alte Hafenstraße auf jeden Fall sprechen. Das Thema haben wir heute schon gehabt. Da werde ich immer ganz nostalgisch und ich glaube, er wird das auch und kann da wirklich ein paar geile Storys erzählen, weil er ist ja auch schon lange dabei und ja, glaube ich, einer der RWE-Fans überhaupt, die man so mit dem Verein in Verbindung bringt, wenn man über Fans von Rot-Weiß-Essen nachdenkt. Deswegen würde ich sagen, sind wir mal gespannt, freuen uns. Jemand, der sich wirklich den Arsch für den Verein aufreißt. So, jetzt habe ich es einmal gesagt. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, es gibt ja keinen besseren Abschluss, als dass ihr jetzt wieder den Sandy hört, oder? Richtig, in diesem Sinne, Timo, danke ich dir mal wieder. Auch jetzt, du hast mir gerade schon gedankt, jetzt schiebe ich dir wieder zurück. Ich danke dir für deine Zeit, mein Lieber. Und wir freuen uns auf das Spiel am Wochenende, RWE gegen Preußen Münster. Haut sie weg, Jungs, putz sie vom Platz, macht sie frisch. Timo, ich danke. Ich danke sie. Adios, Marlon. Adios. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke sie. RWE!